Heute besuche ich Jenny. Sie ist eine deutsche YouTuberin und sie macht tolle Videos zum Deutsch lernen. Ihr Kanal heißt Learn German with Jenny. Ich fahre mit dem Zug zu ihr. Die Fahrt ist sehr angenehm. Es sind nicht so viele Leute unterwegs. Da ist sie schon. Sie holt mich vom Bahnhof ab. Und dann fahren wir zu ihr nach Hause. Das Wetter ist nicht so gut, aber das ist nicht so schlimm. Das ist Jennys Zuhause. Hier gibt es so viel Leben. Sie hat zwei schwarze Hunde, Minu und Snoopy. Sie wollen immer zu ihr. Und sie wollen immer gestreichelt werden. Und sie hat ein paar Meerschweinchen. Sie sind sehr süß und sie sind sehr leise. Man hört sie nur manchmal. Auf dem Balkon stehen ihre Pflanzen. Sie hat Chilischoten, Pfefferminz, Basilikum, Schnittlauch, Tomaten, Petersilie und Rucola. Sie wachsen sehr gut, weil sie sich gut um sie kümmert. Sie steckt auch viel Zeit und Kraft in ihrer Arbeit. Sie unterrichtet Deutsch. Sie hat eine Website und einen YouTube-Kanal. Wir gehen ein bisschen mit den Hunden spazieren. Hier ist es sehr schön. Es war ein toller Tag und ich habe gesehen, dass sie so viele Dinge am Leben hält. In ihr steckt so viel Energie. Das ist bewundernswert. Nächste Woche zeige ich euch ein Interview mit Jenny. Abonniert hier ihren Kanal. Also bis nächste Woche. Tschüss.